hallo herzlich willkommen hier auf mein kanapé klub klub und bin das win wir spielen heute wieder richtig ab zu bereich alex kid heute gibt es nur zwei videos ich schaffe es zeitlich nicht drei rauszauern ich habe ja schon bei cold war gesagt dass ich mit schlecht habe sehr spät ins bett komme um sehr früh eigentlich aufzustehen anführungszeichen egal guckt euch cold war an cold war sag ich guckt euch vengard an dann cd dann erkläre ich ein bisschen was es war vorher 30 also heute gibt es nur noch alex geht 18 30 und dann enthält das dritte video freitag glaube ich wird es komplett entfallen donnerstag mal gucken zwei oder drei videos wie ich ins bett komme oder rauskomme ich weiß es noch nicht oder ich doch dann heute abend die videos für morgen mache ich muss mal gucken vielleicht entfällt freitag doch nicht ich weiß es nicht ja dann rede kotzen wir spielen ex geht ich versuche jetzt weiter zu kommen los geht's ok den wir kennen ich glaube ich noch nicht darum ist eine note ok das soll ich schaffen ok da oben kann man runter habe ich nicht von da so dass ich nicht gesammelt habe jetzt die frage darf ich einfach zurückgehen darf ich jetzt durch den eingang gehen wo ich auch gestern nicht durch dürfte bis jetzt hier alles entscheidende frage darf ich da jetzt durch wo ich gestern nicht durch dürfte ich natürlich wieder hier lang jetzt baby ich weiß nicht ich habe immer ich bin ich versuche jetzt mal in speed waren hinzukommen um uns zu helfen theoretisch habe ich jetzt alles gesammelt theoretisch praktisch bin ich mir nicht sicher und theoretisch hatte ich nur die noten nicht also eigentlich bis jetzt durchkommen müsste aber mir trotzdem den ring gleich holen ich bin ich mache das nicht ich würde ich bin jetzt seit 30 an der aufnahme dran 1000 mal gestorben und glaube auch fast jeden winkel wo ich hin kann habe ich gesehen hier in dem schloss bin möglich mächtig angepasst und wir machen jetzt hier so einen speed waren und dann war es das auch mit dem video auf minuten geht ja ja ich habe ich bin auch hier mein bruder ja ich weiß nein ich habe ihn auch schon geholt weil hier kriege ich ein leben das nehmen uns noch mal schnell mit das kann man sehr gut gebrauchen an einer ganz gewissen stelle aber ich muss man auch noch den ring holen also müssen doch weiter gehen als geplant und wenn ich ein ring habe dann mit dann zum endziel weil es gibt ja den einen punkt da oben waren noten hier habe ich wohl beim ersten mal nicht gesehen ich habe eigentlich alles getan und gesammelt was geht irgendwie wird auch gespeichert naja ich weiß es nicht das geben wir noch mal einen hund und schnell den ring und dann ist das video ganz kurz ich bin ganz angepasst ich habe wirklich gar keine zeit dazu ja wirklich keine zeit dass ihr hält jetzt wieder stunden auf um da einen sauberen weg rein zu schlagen da muss man acht stunden erstmal hier ein bisschen dampen run sehr schöne sache macht auch komplett spaß und ich habe es gerade sehr gut geschafft normal brauche ich fünf minuten länger das ist leider so ein bisschen hakelig das ding weil ich möchte nur da unten den ring haben oben ist natürlich ekel den haben wir aber natürlich schon erstmal befreit und dass er bleibt dann auch wohl befreit ist irgendwie gespeichert als frei die noten liegen auch nicht mehr rum aber den ring möchte ich haben die brauche nämlich gleich das erleichtert uns gleich das halbe leben ich hoffe es zumindest ich hoffe es zumindest dort müssen wir ganz runter ihr seht ist das ein sehr cooler modus wieder an unserem gameboy spieler vorbei also ja das wird jetzt in sechs minuten videos tut mir leid es geht beim nächsten mal weiter ich vielleicht ist auch das ende ich weiß aber es hat mir ein paar nerven gekostet also wie gesagt ich habe keine zeit heute zum aufnehmen glaube ich kriege auch noch beide videos gekattet und hochgeladen wo ich an die arbeit muss jetzt brauchen wir gleich den ring ok probleme außer dass die steinbauer als wir da ist ich komme nicht dahin wo ich will das funktioniert nicht das problem ist erst nicht mario mann dass das jetzt was mich zehn minuten auffällt oh mein gott ich habe es geschafft ok jetzt hoffe ich dass wir zum ausgang dürfen weil wir dürften nicht jetzt dürfen wir okay was ich im letzten video was ich vergessen habe was ich jetzt gesammelt habe ist einmal noch notenblatt und so mehr weniger am anfang aber egal jetzt dürfen wir weiter endgegner oder was nee wieso bist du schon wieder hier hatten wir dich schon mal wo ist janken janken steht kurz hervor die grone zu bekommen und es gibt nichts was du tun kannst um das zu vermeiden lang lebe könig janken janken wird niemals der könig von radaxien sein darum werde ich mich persönlich kümmern verdammt ich mache dich jetzt fertig bei gewinnsätze ja wie immer bei gewinnsätze an die zwei ok er leider sehe ich es nicht ich fange mit papier anschauen am anfang hat man es gesehen ich weiß nicht ob er immer noch die gleiche dynamik hat ich weiß nicht welcher davon war wenn ich übernehmen jetzt ein leben wir müssen uns einfach merken was nimmt er ok das war schon mal richtig das würde jetzt hier nachnehmen ich denke mal papier ich bin mir nicht selbst stein papier steiner mann was nimmt er jetzt mann ich muss ihr kein leben verlieren als egal das video doch länger als gedacht ich weiß es nicht aber ich denke mal ja jetzt ein gewinnsatz haben wir jetzt noch zwei oh mein gott ok nun es soll wohl sein ach das war nur eins nimm das was nämlich der sagt nimm das und nimm das ist eine geschenke das mache ich denn jetzt ja was soll ich denn da jetzt machen was soll ich denn hier machen ohne scheiß was soll ich machen ohne scheiß was soll das ohne scheiß ich glaube noch zehn minuten auf ihm ich soll wir machen es nicht von vorne ich habe kein daumen nach oben da bleibt das schreibt die kommentare ich bin mit raus es ist in 10 uhr 30 ich muss um 12 50 wieder zur arbeit ich muss es noch katten und hochladen es gibt auch nur zwei videos es tut mir leid es gibt ein ganz ganz schrottiges video es tut mir leid ich habe die woche spätschicht ich komme gar nicht drauf klar ich bin mit raus peace